Es ist warm, super. Ich komme jetzt auch in das Wasser hinein. Was soll man denn sonst? Auf der Toilette machen. Aber nicht so. Es ist auch sehr wichtig. Und hat Geld gekostet. Nur 1 Euro voll cool. Selen ist genervt von mir. Sie will gehen! Und ich finde, die ganze Zeit... Siehst du jetzt schon wieder meine Brille? Wo ist meine Brille? Wir wollen nämlich, bevor es bald wieder zum Essen geht, noch eine Ringe an dem Pool. Aber an den großen. Deshalb habe ich meine Haare jetzt zusammen gemacht. Ist die kleine? Aber hier geht es jetzt nur wieder ins Wasser. Mama, ich wollte nur die Alarm und dann muss ich auch die Wälder nehmen. Warum ist dein witziges Auge? Das ist eigentlich sehr, sehr türkisch, mein Schatz. Es ist warm, super. Ich komme jetzt auch in das Wasser hinein. Okay, Mama, machst du mir jetzt? Ja, komm, guck mal erstmal da einen anderen an. Mama, ich glaube, es ist warm. Ich glaube, es ist warm, der mag es weit. Gucken wir mal, wie das Wasser ist. Oh, es ist kalt. Nein, warm. Das ist warm. Das ist warm. Halt du das. Ich tue mal. Warm. Gut. Das freut mich, dass es für dich warm ist. Das ist nicht warm. Doch kalt ist es. Doch kalt ist es. Doch kalt, gell? Doch kalt, gell? Ja, allerdings. Doch, doch, doch kalt. Ja, hier kannst du gerade stehen, Mama. Oh, die Befliezen sehen so schön aus. Guck mal, hier kannst du stehen. Du hast doch Schwimmflügel an. Nein. Guck mal, Schwimmflügel sind oben. Ja, aber du hast welche an. Das heißt, du kannst aber auch ins tiefe Wasser jetzt. Guck, 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 guck. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin mir zuhause. Ich bin mir zuhause. Oh, 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 oh. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need dancers to survive. Just let us keep on with the black guys. Oh, 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 oh. Es ist kühl. Es macht zwar Spaß, aber nicht lange. Dann ist es zu kalt. Mama, ist es jetzt schon Abend? Ja, warte, ich gucke gleich, wie viel Uhr es ist. Ich vermute, es müsste halb sechs sein. Noch essen sie nicht. Zellen, alles gut, mein Schatz? Zellen hat sich in die eigene Muschel mal kurz gelegt. Warum nennt man das eine Muschel? Also ich habe es, eigentlich ist es glaube ich ein Korb. Aber es hat mich an eine Muschel erinnert. Das ist eine Muschel. Das ist eine Muschel? Sieht ja aus, als wäre es eine auf und zu Muschel. Genau. Wie, da ist eine Muschel? Ja. Und hier gibt es alles. Hier gibt es alles. Gibt es hier auch eine Haar zu verkaufen? Bestimmt. Gibt es hier auch Wimpern zu verkaufen? Ja, das hoffen sie nicht. Ihr sagt es, es gibt hier alles zu verkaufen. Du hast Aua. Nein, ich habe so rote Punkte. Nein. Sieh das. Mama. Das sind Aua. Ja, ganz viele Aua. Aber das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Ja. Es wird sehr kalt. Was machst du da? Wir gehen jetzt schnell aufs Hotelzimmer, duschen uns ab. Oh, Cellen, bist du kalt, Schatzi. Ganz schnell abduschen. Und dann wird schon wieder gegessen. Was für ein Luxus. Schwimmen, essen, schwimmen, essen, schwimmen, essen. Cellen. Ich glaube, die Kinder jetzt soweit fertig gemacht. Cellen ist fasziniert von ihren Haaren. Cellen ist fasziniert von ihren Haaren. Schatzi. Wollen wir gehen? Es ist soweit. Es ist soweit. Can wir jetzt essen? Nein, nein, nein. Ich will gucken, wie viel Uhr wir haben wegen Essen. Nein. Wir machen das jetzt fasziniert. Es ist auf. Los, zack, Schuhe. Schuhe, 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 Schuhe. Hier ist es auf. Es ist einer da. Ja, los. Jetzt kommt's los, bitte zu hart. genau in drei stunden schließt es schon brauche ich nicht irgendwas jetzt habe ich händen die gar nichts mit das sollten wir lieber nicht dann ist es nur ein fahrstuhl komm essen was soll man denn sonst ab der toalette machen wie bei dir im kindergarten wir können immer okay weil wenn alles hinfällt kriegen wir ärger wenn bei dir nehme ich bitte ja gerade gucken was du machst da hat jemand schon was fallen pass auf nicht so stark wow pass auf dass das nicht fällt du bist ein großes mädchen pass auf dein essen auf wow lecker okay äh kinder hähnchen hähnchen nuggets ich hole dir gleich so mama holt sich jetzt auch was lecker sag ich doch okay ich hole mir was ja da hat er einmal das ein bisschen geziebt das dahin gemacht und dann der tic gemacht und mein teller da wieder hingemacht sowas hast du alles erlebt was möchtest du haben dann was ist das denn essen musst du mal gucken so ich esse eine traditionelle zwiebelsuppe bin gespannt wie es schmeckt eigentlich kommt da noch der bacon drauf aber auf den habe ich verzichtet die kinder sind die ganze zeit total am spielen hier und wollten auch schon wieder ins wasser ich habe nein gesagt nun erlocke ich sie mit eis die haben heute eis dort und ja deshalb wollen wir jetzt gerade alle wieder zurück weil eigentlich dürfen die da nicht alleine spielen ich habe sie für eine sekunde ja weil die eltern gucken sollen dass euch nichts passiert so holen wir jetzt mal eis kommen das sieht so gut aus das andere karamell war für jetzt alles so wir machen das essen heute ein bisschen durcheinander jetzt nach dem nachtestes ich komme gleich der johnny müssen wir jetzt zeigen die rennen die ganze zeit hier ich bin so happy weil das bedeutet irgendwann werden sie müde sein ja ich komme wir haben lange gegessen und die kinder war zu lange weg gewesen und ich bin dann dazu gekommen ja wir haben das wovendo das ja johann 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 Wollt ihr auch einen Kaffee? Ja. Ich nenne das eine andere Kuchen. Ja, natürlich. So ein Kuchen, ein geschnittener oder einen geschnittenen Kuchen. Oder einen ganzen Kuchen. Ein ganzes Kuchen. Das ist das. Dann doch. Das noch. Hier wird der ganze Kuchen gesiebt. Nein, dann nehme ich doch lieber eine Hälfte. Oder ein Stück. Köstlich. Was für eine schöne Aussicht. Okay, die Kräne stören. Hey Kräne, weg mit euch. Ladi, bist du Choban? Nein. Nein? Ich bin ein Choban. Du bist ein Choban? Choban, Choban. Nee, nee, nee. Ich mache Pfannkuchen. Hey, sie gibt sogar Pfannkuchen zu verkaufen. Ja. Auch meine. Ja, es ist noch auf. Jan. Jan! Jan, wir gehen hier rein. Mama. Ich dachte, du wirst ihm nicht doppelstig sein. Mach ja keine Kreuze. Mach auf, was man da sieht. Ja, Mann. Quatsch. Ich habe die ganze Zeit hier gezackt, wie würde ich gezackt sagen. Fonzi und mach es mir auf. Ich musste gerade mal ein Foto machen, weil es sieht so schön aus, der Himmel, dass ich nicht anders konnte. Wow. Und, Kinder, gehen wir aufs Zimmer? Im Aufmeldung. Ich will das immer eins. Mama, du guckst, wie ist das? Mhm. Wir sagen eins, zwei, drei. Kinder, ich habe ein Spiel mitgenommen. Warte. Ist im Zimmer. Komm. Okay. Habe ich für euch versteckt? Sag tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss. Bye. Ich bin meine Putzfrau von Präsidentin zu Putzfrau. Selin, Schatzi, du bist der Knaller. Mama, die Kleta voll. Ja. Da wollen wir doch. Ja, richtig. Da sind wir langgefahren. Genau. Die Kleta voll sehen. Habe ich auch gesehen. Mama. Das komplette Hotel. Mama. Ja, John. Ja, wir gehen da mit dem Bus in die Bahn. Mama. Ja, richtig. Warte, ich versuche sie kommen. Mama, und geht dieses da? Und geht dieses da, gell? Nein, Schatz. Wir sind von der anderen Seite. Selin, die Detektivin. Ich habe das gebaut hier. Komm, Selin. Mama. Ich habe das gebaut. Guck mal in die Kamera. Aber nicht so. Wir wollen auch. Selin, guck nach. Warte, bleib du so. Guck nach da. Los, los. Nach vorne, nach vorne. Super. Habt ihr toll gemacht. Ey, ey, ey. Das ist super gemacht, Selin. Aua. Ich habe nur so gemacht. Oh. Fängt nur mit Kamera. Oh, Fahrstuhl. Ja, mit dem Fahrstuhl fahren wir jetzt dann auch. Ja, und dann sehen wir das. Der Party, gell? So, jetzt fahren wir mit dem Fahrstuhl, der nach außen zeigt. Da gibt es nur zwei, aber dann sehen wir diese schöne Leuchtwand von ganz nahem. Das ist ja der Hammer. Ich kann noch ein bisschen hier rumlaufen. Du möchtest noch hier ein bisschen rumlaufen? Können wir? Mama. Ja, Can? Du bist so aufgeregt, Can, oder? Ich kann nicht liegen und das alles ein Neumarker. Ja, wo? Entweder der Akku war nicht richtig geladen, oder ich habe dafür gefilmt, dass die Kamera schon wieder ausgegangen ist. Ich bin jetzt wieder mit den Kindern nach unten, weil ich sie geholt habe. Die andere. Was will ich noch sagen? Wir wollen jetzt nochmal schnell in den Supermarkt, damit... Oh, das sieht so schön aus. Seht ihr das? Man sieht es ganz frisch. Wollen wir nicht den anderen Fahrstuhl nieren? Okay, los. Tell den, dann. Komm. Da seht ihr, wie das könnte, dass er... Diese Scheiben sind beleuchtet. Ah, da sieht man das. Oh, guck da. Kinder, seid ihr nicht müde? Nee. Wir sind den ganzen Tag wach. Wir sind den ganzen Tag wach. Wie sollt ihr den ganzen Tag wach? Bitte. Wie sollt ihr den ganzen Tag wach? Den ganzen Tag? Erlaubst du es? Ganze Nacht meinst du? Ganze Nacht. Talent gibst du mir mein Postmanage, Schatz? Nein, nein, kleine Kinder dürfen so das nicht. Das ist zu gefährlich. Nein, heißen die Herzen liegen. Nein, 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 wenn du es irgendwo liegen lässt, weil du irgendein Kaugummi ganz toll findest, dann ist das ein teurer Kaugummi. Was soll es? Ja, natürlich. Johnny, hat es seinen Spaß? Ich weiß, hast du mir eben gezeigt? Ach so, da sieht man es. Kinder, kommt. Das ist grün. Das ist grün. Wie sieht das aus? Grün. Wo ist die Farbe grün? Da. Ja. Na da. Ne, bitte passen wir. Schau, na, grün. Das ist ein langer Abend mit denen. Okay, ihr wollt mir, ja? Ja, die Katze läuft da rum. Ja, die Katze läuft da rum. Hast du gesehen? Die Mama schiebt den Kinderwagen und hat das Kind auf den Arm, wie ich. Oh, ja. Ja. So, da ist unser Hotel. Da ist der Supermarkt. Ja, Schatz. Tatsächlich. Habt ihr sie so lange gerufen, bis in... Ich kann sie gucken. Einkauf haben wir jetzt fertig. Und ich musste einfach diese Chips hier kaufen. Oh, das war's nicht so. Denn das sind nachos. Mexikanischer Art. Oh nein. Du, was machst du schon immer? Das ist so cool. Okay. Und dann noch... Guck erstmal, ich muss schon... Ja. Ich mach erstmal einmal. Wer ist es zuerst? Ja, ja. Ja, dann. Wo? Da ist ein Haus gekommen. Okay. Wo ist das? Oh, dunkelblau. Johnny. Johnny, dunkelblau. Und jetzt... Wow. Johnny, das liebt den Bauern. Okay. Und jetzt warten wir, bis wir auf dem Zimmer sind. Ja? Dann dürft ihr sie aufmachen. Jetzt noch nicht aufmachen. Hallo, meine Lieben. Hallo. Ich hab hier seine Kugel. Die werden jetzt... Okay, die ist auch sehr wichtig. Und er hat Geld gekostet. Nur 1 Euro voll cool. Und jetzt macht sie auf. Und dann hat er seine blaue Kugel. Seine liebsten Farben blau. Und meine auch. Oh, ich hab meine Kugel. Ich sag ich die 5 Farben. Und jetzt mache ich es. Und dann ist sie auf. Yeah. Yeah. Und wir werden aber eine kleine Sache haben. Das ist auf jeden Fall. Das weiß ich ja. Und das ist Müll. Zick Müll. Immer. Mama. Kannst du den Müll einmal machen? Na gut. Wir legen jetzt schon mal in. Oh, ich hab irgendwas schon. Wo ist euer Auto? Guck mal, Mama. Mama, guck mal. Hast du Zeit? Was ist denn da? Das ist schon immer zu viel. So, was ist das? Aber wir tauschen jetzt dann nicht. Was ist das? Dann hat ein Auto. Also noch besser fliehen geht es nicht. Ja, ich mag das. Ja, ich mag das. Zellin, guck mal. Ich will das hier. Ich will das auch mal machen. Und dann ist es mein. Schau dich. Ja, über den Koffer. Zellin, schau mal dein Auto. Da rechts, Schatz. Oh, Zellin, dein Auto ist ja klasse. Kann er liegen? Nein, leider nicht. Ich habe mich eingecremt. Heute noch über die Leute hier so ein bisschen gelächelt, dass sie sich so verbrannt haben. Und jetzt guck ich. Sie sehen nicht besser aus. Ah, ein D. Das ist Kaffee. Kaffee. Ah, ihr könnt doch das hier reinmachen, ja. Das ist ein Kind aus. Was? Das? Was ist es? Was? Probier mal, mach das mal auf und probier mal ein bisschen, wie das schmeckt, wie das kostet. Wir gehen aber bald schlafen. Ich werde mich abschminken, denn ich bin ziemlich müde, muss ich gestehen. Eventuell überlege ich, ob ich morgen in so ein Schwimmbad fahre, was hier in der Nähe ist. Ich muss gucken, wie ich das für den... So geht's auch hier für mich. Wie ich das für den Videoschlein machen soll. Wie soll mir geht der Karte? Kannst du das da reinmachen? Soll ich mich den Klaas? Ja. Soll ich mich den Kaffee nehmen? Oh, ich muss jetzt mal... Lass mal... Nimm mal ein Beidin, Isabel. Ja. Oh, meine... Wo soll ich denn den Kaffee nehmen? Da kommt mir die Kaffee. Guck. Hey. Kaffee. Ab. Weil heute habe ich nicht zweimal Teele kaputt. Da muss ich ja noch mal Teele putzen, gell? Gell, Mama? Da haben wir ja noch mal Teele putzen, ja. Da haben wir ja noch mal Teele. Da haben wir ja noch mal Teele. So, meine Lieben, ich mag den Fernseher gleich aus und ich lege mich schlafen mit den Kindern. Wir wünschen euch eine gute Nacht und bis morgen. While Fluke What has happened? What has happened? What are we fighting for? Now we can't go back and we can't pull-on. No fun to just anymore. Let me not die browse I'm not keeping stormy. Untertitelung des ZDF, 2020